Also, dass Sie mein Eigentum angreifen, dass Sie mein Eigentum angreifen, Sie haben mir ein Eigentum angegriffen und haben die Kamera zugeklappt. Können Sie bitte jetzt einen Abschnitt halten von mir, das ist mir jetzt unangenehm. Nein, bitte, ich möchte, dass Sie sich ausweisen einmal. Hallo, hallo. Geben Sie mir Ihre Dienstnummer. Wir haben eine Anzeige bekommen. Ja, das haben Sie. Das waren zwei verdächtige Personen, die sich da aufhalten. Telefonisch haben Sie eine Anzeige bekommen. Ja, richtig, ja. Bitte. Seid ich zuerst, gern bitte Ihre Dienstnummer. Ja, bitte Ihre Dienstnummer. Meine Dienstnummer kriegen Sie nachher, aber zuerst kriege ich Ihren Ausweis. Nein, ich möchte bitte. Weisen Sie sich jetzt aus, sonst nehme ich Sie nach dem Sicherheitspolizeigesetz fest. Ja, okay. Ja, verdächtiges Verhalten. Sie weisen sich nicht aus. Warum bin ich verdächtig? Ja, weil Sie da sind. Was tun Sie da? Weil ich filme. Ja, ich weiß ja nicht, Sie wollen so einbrechen oder irgendwo? Ja, dann muss geht's bitte. Da sind Häuser in der Gegend. Aha. Sie wollen, ja. Wollen Sie einbrechen da oder was? Ich filme Sie, ja. Ja. Ja, okay. Und bitte überlegen Sie ein bisschen, was Sie sagen. Ich bin da untertags auf einer Straße, warte, dass Sie kommen und bin in ein Haus einbrechen. Das ist Ihre Logik? Ja, sicher. Wieso nicht? Ich bitte Sie jetzt noch einmal, mir Ihre Dienstnummer zu geben. Weisen Sie sich zuerst aus, dann bekommen Sie die Dienstnummer. Nein. Ich möchte von Ihnen, Sie verweigern somit jetzt die... Ich verweigere nicht die Herausgabe, Sie verweigern die Herausgabe. Sie verweigern... Nein, dann geben Sie es. Geben Sie mir jetzt Ihre Daten, dann bekommen Sie meine. Nein, das ist ein Verstoß. Sie müssen mir... Was ist... Gegen was für ein... Sie müssen mir... Gegen was verstoße ich jetzt? Sie müssen mir... Das wissen Sie selber und wenn Sie es nicht wissen, dann wäre es... Sie müssen mir Ihre Daten bekannt geben. Okay. Wir brauchen überhaupt nicht diskutieren. Nach Abschluss der Amtshandlung können Sie es auch... Ich bitte Sie... Nach Abschluss der Amtshandlung, aber die Amtshandlung ist nicht abgeschlossen. Sie sind öffentliche Personen, man darf das Video mal... Die Amtshandlung ist nicht abgeschlossen. Sie können die Dienstnummer noch haben, die Dienstnummer. Sie haben ein Handy, rufen Sie den Zentralamt beim Juristen. Bitte informieren Sie sich, bevor Sie... Wir brauchen da jetzt keinen Juristen anrufen. Den brauchen wir sicher nicht. Ihre Daten brauchen wir jetzt einmal. Sie geben mir die Dienstnummer nicht. Weisen Sie sich jetzt aus, Sie verhalten sich verdächtig, Sie filmen da. Ja. Ja. Wenn Sie mir jetzt Ihre Dienstnummer geben würden, dann könnten wir das ganz vernünftig von Anfang nach Ende machen, oder? Wollen Sie mir drohen, oder was? Wollen Sie mir jetzt drohen? Haben Sie mir jetzt gedroht? Entschuldigen Sie, Sie sind nicht drohen. Was passiert, wenn ich Ihnen die Dienstnummer nicht gebe? Ja, dann wird das ein komisches Kasperltheater. Was für ein Kasperltheater, was machen Sie dann? Ja, dass Sie ganz nah bei mir stehen. Ja, wir stehen, dass wir sprechen können. Ja, sicher, Polizisten, wollen Sie mich jetzt gleich festnehmen, vielleicht, oder was? Ich nehme Sie jetzt nicht fest. Nein, aber was wollen Sie? Noch nicht. Ja, und wann nehmen Sie mich fest? Wenn Sie sich nicht ausweisen. Und warum? Nach dem Sicherheitspolizeigesetz. Okay, welcher strafbaren Handlung verdächtigen Sie mich? Ich merke schon, Sie sind ein bisschen... Welcher strafbaren Handlung verdächtigen Sie mich? Sie verhalten sich verdächtig und Sie weisen sich nicht aus. Nein, 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 Moment, das kann ja jeder behaupten, dass ich mich verdächtig verhalte. Ja, Sie haben sich hier auszuweisen. Das ist dann der Ansatz. Mache ich nach welchem Recht? Es gibt eine Anzeige, dass sich hier verdächtige Personen aufhalten, die filmen und fotografieren. Und was ist daran verdächtig, wenn man flinkt und fotografiert? Schauen Sie mal, es wird so viel eingebrochen, gell? Ja. Und dann gehen zwei Personen, dunkel gekleidet, mit Kameras, Fotoapparat herum. Ja, und filmen in der Gegend herum. Okay. Dann macht man sich seine Gedanken. Und was filmen wir? Das weiß ich nicht, was Sie gefilmt haben. Zeigen Sie mir das. Sie filmen ja da die ganze Zeit. Ja, und das ist sehr verdächtig, oder? Ja, das ist verdächtig. Wenn Sie das Haus filmen, muss ich mir meine Gedanken machen. Ich filme jetzt mal die Kennzeichen, damit ich mal irgendwie so weiß, die brauchen mich überhaupt nicht angreifen. Machen Sie das. Lassen Sie das. Sie greifen mich dauernd an. Lassen Sie das. Warum? Mit welchem Recht filmen Sie dann unser Fahrzeug? Nein, weil ich mir Ihre Dienstnummer nicht gebe. Ja, und Sie weisen sich nicht aus. Sie greifen mich dauernd an. Ja, wir warten Sie bitte. Mal rein. Rufen Sie uns später. Okay. Kannst du mir her? Nein, da brauchst du überhaupt nicht hinschauen. Ich muss auch nichts fotografieren lassen. Geil. Halten Sie ein bisschen Abstand von mir. Was greifen Sie mich an? Sie stehen mitten. Ja. Sie rennen mich da über den Haufen. Was ist jetzt da? Hallo, Sie werden gequillt. Sie brauchen überhaupt nichts zu tun, als ob ich irgendwas machen würde, was illegal ist. Bitte. Okay. So. Ist nicht was.